Du magst es eher düster? Schwarz ist deine Farbe? Dann könnte dieses Red Hole dir vielleicht zusagen. Wir starten mit etwas kleinem. Bei 23,8 und 59,9. Hinter diesem Totenkopf befindet sich ein kleines Red Hole. Viel Platz bietet es nicht, aber für eine Person ist das ausreichend und die Miete kostet auch fast nichts. Lieber etwas größer, da du deine Haustiere unterbringen musst? Kein Problem. Was hältst du von diesem Schmuckstück? Bei 50,9 und 47,9. Aufgrund des schmalen Eingangs steht es noch leer, aber dafür lässt das große Wohnzimmer sich sehen. Zieh einfach eine Wall rein und lebe idyllisch mit deinen Katzen in Einsamkeit. Du hast Höhenangst? Dann haben wir eine Wohnung im Erdgeschoss für dich. Bei diesem Red Hole musst du crouchen und es befindet sich bei 30,8 und 65,1. Sehr viel Platz bietet es zwar nicht, aber für das wichtigste Zeug ist es definitiv ausreichend. Außerdem kann so der C4-Bote das C4 direkt durchs Fenster liefern. Perfekt, oder? Du willst einen Pool in deiner Wohnung? Das nächste Apartment wird dich umhauen, denn das macht es möglich. Bei 16,4 und 33,5 lebst du mit direkter Anbindung zum nächsten Server in einem idyllischen kleinen Tropenwald. Mit einem Pool als Eingangsbereich bietet es eine wohltuende Erfrischung auch für deine Besucher. Und das ist noch nicht alles. Die Wohnung hat noch einen zweiten Pool. Der Architekt war wohl ein Liebhaber von Pools. Dieser erstreckt sich durch die halbe Wohnung und kann gleichzeitig als Stauraum genutzt werden. Du brauchst eine billige Wohnung? Auch dafür haben wir etwas. Aufgrund der Lage kostet diese Wohnung nur dein Leben und ist so ungeräumig, dass niemand sie möchte. Aber für dich wäre sie perfekt. Direkt bei 33,7 und 12,4 gibt es ein kleines Loch in der Weihwernschlucht. Fliege so lange nach oben, bis es dort nicht weitergeht. Richte dich ein und lasse die Seele baumeln bei kuscheligen 300 Grad Wohlfühltemperatur. In dieser Lage haben wir auch noch mehr für dich. Eine etwas gehäumigere Wohnung befindet sich bei 58,3 und 17,6. Diese hat Lampen schon installiert und kann sofort bezogen werden. Aufgrund der Lage und des doch offensichtlichen Einganges mögen sie viele aber nicht, weshalb sie immer noch leer steht. Kommen wir zu unserem absoluten Knüllerangebot. Ein gehäumiger Eingang, wohlfühlende Temperaturen und viel Platz bieten wir dir bei 53 und 16,8. Diese Wohnung ist perfekt für einen Solo- oder Duostart. Die ersten Tage der Zweisamkeit kann man hier ohne Probleme verbringen. Man sollte nur aufpassen. Aufgrund des hohen Verkehrs direkt vor dem Haus könnte man schnell entdeckt werden. Kauft euch also lieber Vorhänge für die neugierigen Blicke. Ich hoffe, bei den Wohnungen war etwas dabei. Wenn du eine kaufen möchtest, schreibe einfach eine E-Mail an folgt mir und likenichvergessen.com. Bis zum nächsten Video, euer Finch. Ciao, ciao! Bis zum nächsten Video, euer Finch.